Servus Basitox hier, wieder ein neuer Ford Byte. Ich bin heute leider ein bisschen zu spät dran, aber trotzdem zeige ich ihn euch noch zu finden zwischen einem Neustartbus, einem Piratenlager und einem abgestürzten Schlachtenbus. Das ist die Nummer 47 und genau die werde ich jetzt auch suchen. Ich weiß ja schon wo sie ist und das zeige ich euch dann ganz schnell und dann könnt ihr die auch direkt wieder sammeln, sterben und dann habt ihr das wieder unerledigt. Und ihr könnt wieder vorspulen, ich bin gleich wieder da. okay so genau hier in den dschungel müssen wir runter und da ist das piratenlager sehen wir schon vor uns dann ist irgendwo da ist der abgestützte bus links von uns und weiter rechts ist noch ein restart bus und genau hier fliegen wir jetzt rein in die mitte und das ist genau hier und da sehen wir ihn schon aufblinken den fort bald jetzt müssen wir erst mal runter kommen wie langsam so das ist ja zu finden zwischen einem neuen startbus und einem piratenlager hat den schlag und wir sammeln einen der will uns killen der wird uns auch killen ich hoffe das hat euch geholfen lasst auf jeden fall ein like da ich laufe jetzt hier noch weg und ciao